Ohne ausreichende Arbeitspunkte kannst du weder sammeln noch etwas anfertigen. Die Punkte regenerieren sich mit der Zeit. So. Ohne ausreichende Arbeitspunkte. So. Ah, das sind die Wildschwelle, die ich weggefallen. Das ist nicht. Ach, ich muss. Das ist der Sport. 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 Ja. Das ist der Sport. Das ist ein Wildschweinfleisch, Wildschweinfleisch. Ellen? Okay. Doch, okay. Dann müssen wir uns essen. Klicke auf das Quest-Buch-Symbol unten rechts oder drücke L, um dir Quest-Details anzusehen. Du aktivierst Quest-Gegenstände, indem du ihre Symbole im Quest-Tracker rechts klickst. Ohne ausreichende Arbeitspunkte kannst du wieder sammeln. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Wir haben die Böngge. Drücke NumLok, um automatisches Laufen zu aktivieren, ohne dabei die W-Taste gedrückt halten zu müssen. Drücke NumLok, um automatisches Laufen zu aktivieren, ohne dabei die W-Taste gedrückt halten zu müssen. Drücke NumLok, um automatisches Laufen zu aktivieren, um automatisches Laufen zu aktivieren. das zweite skill set man arvend Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts klicke einen Gegenstand in deinem Beutel, um deinen Charakter automatisch damit auszurüsten. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Braune Beeren. Braune Beeren. Hm, der war ja jetzt schnell tot. Braune Beeren. Hm. Braune Beeren. Braune Beeren. Braune Beeren. Da ist sie hier. Und ich komme nicht rein. Oh, Janis Bucke ist in jedem Bau. Wie viele Bucke hat denn Janis? Wie viele Bucke sind. Wie viele Bucke sind. Ich nehme den Kiesel auf. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K. Ganz alleine bei Skill-Symbol. Ah, hier. Letzte Reihe. Okkultismus. Ich glaube, Okkultismus ist ganz cool. Es geht runter. Einen habe ich noch. So. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten. So. So. Cicero. Jetzt haben wir hier ein bisschen unnversichtig, dass ich hier alles aufsammeln kann. kiesel heben wir uns nicht schon wieder auf da weiß ich noch nicht was mir das bringt guten morgen zander ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020